Allöchen Leute und herzlich Willkommen wieder zurück bei Mafia 2. Wir sind im Part 24. Ja, wir haben im letzten Part aufgehört mit einem Schellen an der Tür. Leider haben wir auch in dem letzten Part Marty verloren. Ja, das macht mich immer noch traurig, der arme Marty. Aber ist halt so, auf jeden Fall wollen wir jetzt dann weiterspielen. Es hat nämlich an der Tür geschellt. Gut, also los geht's. Ich kann doch wohl in Unterhose reingehen. Hey, Vito. Lang nicht gesehen. Stimmt. Lange her. Was willst du, Henry? Lass trinken. Nehmen wir mein Auto. Okay. Warum soll ich denn fahren? Ja, dass Clementi tot ist, weißt du wohl. Wie alle anderen auch. Hör mal, Vito. Ich weiß, dass der Ton was damit zu tun hat. Ich mach mir Sorgen, dass er den Rest der Familie auch auslöschen will. Und was geht nicht das an? Naja, also, du wurdest doch eingebucht. Tut mir leid, was dir Clementi hat getan. Aber er hat gekriegt, was er verdient hat, oder? Ja, und mit Rex hat es mir doch scheißegal. Ich könnte dir auch vorstellen, für Verkommen zu arbeiten. Also, du willst bei uns einsteigen? Ja, und da du für ihn arbeitest, dachte ich, dass du... Dann kannst du vielleicht ein gutes Wort für mich einlegen? Ja, sicher. John, ich kann für dich bögen. Danke, Vito. Das war's gut bei mir. Und? Wie läuft's so? Bevor mein halber Bekanntenkreis umgelegt wurde, oder danach? Diese Geschichte in dem Hotel, darüber weißt du nicht zufällig, was? Keine Ahnung, wovon du redest. Komisch. Ein Kumpel von Joe wurde damals auf dem Parkplatz kalt gemacht. Und da hab ich mir gedacht, ihr zwei werdet mit von der Partie. Ein Kumpel von Joe? Wem meinst du denn? Du weißt schon, der blöde Arsch, der ständig mit Joe bei Freddy war. Wie hieß der nochmal? Mikey, Miki, ach scheiß, war irgendwie so. Du meinst Marty? Ja, ja, so hieß die kleine Ratte. Hatte ne Stimme wie Minnie Maus. Ach ja, dann hab ich gehört. Und du warst damals bestimmt nicht dabei? Ganz sicher nicht? Sagen wir es mal so, ich und Joe waren damals unterwegs, was für unseren Boss erledigen. Da sag ich das für mich. Weißt du was? Ist sowieso egal. Aber tu mir ein Geist. Bevor du von Rasa aufgenommen. Ich dir nächstens ne bessere Tarnung zu, als den peinlichen falschen Bart. Die zwei Idioten wart meilenweit zu erkennen. Ja, Schwammbrüger. Hast nur deine Arbeit gemacht. Das gibt nen saftigen Strafzettel. Ist ja gut. Darf ich jetzt gehen? Tu dir selbst einen Gefallen und lass das in Zukunft. Ja, ein bisschen gerast. Ja, scheiße, ich bin doch nicht in der Hose. Als ob du das noch nie hast. Hast du auch manchmal das Gefühl, dass du in einer anderen Branche besser aufgehoben wärst? Ehrlich gesagt, nicht wirklich. DCS, mein Leben. Das ist, was ich kann. Ja, und ich vermute, es bringt ein bisschen mehr Geld als Taxifahren. Ich hatte überlegt, nach dem Hoteljob die Stadt zu verlassen. Aber wo soll ich hin? Was soll ich machen? Deshalb bin ich zu dir gekommen. Ich war deine letzte Hoffnung, wie? Danke. Hey, nur mal so, wieso kommst du zu mir und nicht zu Joe? Sieh mal, Joe ist zuverlässig, aber ich möchte nicht unbedingt, dass er mich verträgt. Du verstehst? Ja, dann kann ich dir nicht widersprechen. Ja. Was soll ich sagen, ne? Henry. Hast du dich damals den Falschen angeschlossen? Und jetzt, wo das Schiff sinkt, geht es natürlich weg. Puh. 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 Das ist ja nicht sehr loyal, würde ich mal sagen. Aber egal. Wir mögen ihn, also gehen wir mit Ihnen zu Eddie. Hey. Hey, Vito. Hast du meine Kohle? Ich halte immer mein Wort, oder? Hier. Gib nicht alles auf einmal aus. Danke. Wo ist Joe? Er war eben noch hier, ist gerade raus. Wirkte ziemlich angepisst. Das hat er wohl häufiger in letzter Zeit. Ist das ein Wunder? Hör mal, ich muss was mit dir besprechen. Nur wenn's wichtig ist. Mich hält im Moment Vinci auf Trab. Er führt irgendwas gegen uns im Schilde und keiner weiß was oder wieso. Ich muss das rauskriegen. Hör mir trotzdem erstmal zu. Okay, schieß los, aber mach's kurz. Ein ehemaliger Clementi-Mann hat mich kontaktiert. Er will wissen, ob wir den Rest von Clementis-Männern auch noch ausschalten wollen. Das ist gut. Soweit ich weiß, hat der Boss im Moment nichts in der Richtung vor. Es sei denn, sie machen irgendwelche Dummheiten. Er hat mich außerdem gefragt, ob er für uns arbeiten kann. Ja? Wer ist er? Ein Freund von dir oder was? Wir haben ein paar Jobs zusammen erledigt. Er versteht sein Handwerk. Okay. Okay. Er soll mal vorbeikommen. Tja, er wäre gerade hier. Tatsächlich. Na gut, bring ihn her. Eddie, Henry Tomasino. Henry, das ist Eddys Kaper. Sehr erfreut, Mr. Skaper. Sag mich, Mr. Skaper. Meine Freunde nennen mich Eddie. Komm, setz dich, Henry. Also, Vito sagt, du würdest gern für uns arbeiten. Ja, ich hab grad nichts zu tun. Und was früher mal war, ist Schnee von gestern. Ne kluge Einstellung. Aber zuerst mal, Henry. Hacken Clementi und Vinci etwas gegen unsere Familie aus? Hm. Okay. Normalerweise halte ich mich bei sowas ja raus. Aber ich war mal mit Luca Garino bei Leo Galanti. Und Luca erzählte dauernd, Falkone wäre in irgendwelche krummen Geschäfte verwickelt und dass man etwas dagegen tun sollte. Ich schätze, er wollte Vinci gegen euch aufhetzen. Diese Drecksau. Der Deal doch garantiert selbst, aber schimpft trotzdem dauernd über Drogen. Er weiß genau, dass Vinci was dagegen hat. Wahrscheinlich hat er den alten eingeseift. Aus diesem Grund will er uns jetzt ans Leder. Wir müssen ihm zuvorkommen. Wieder mal? Hey, wenn wir nicht handeln, handelt Frank. Aber erst mal müssen wir Galanti beseitigen. Ohne den ist Frank erledigt. Leo? Ich wollte dich da raushalten, aber mir fiel sonst keiner ein, der so eine Nummer durchziehen kann. Jetzt würde ich sagen, das wäre doch die perfekte Gelegenheit für Henry, mal zu zeigen, was er drauf hat. Was sagst du dazu, Henry? Machst du das? Wenn das heißt, dass ich dann dabei bin, klar. Einverstanden. Beseitige Leo. Und was ist mit dir, Vito? Ich würde mich wohler fühlen, wenn du Henry begleiten würdest, damit alles glatt läuft. Heißt ja nicht, dass du selbst Hand anlegen musst. Fahr einfach hin, warte, bis alles erledigt ist und fahr zurück. Aber falls das ein Problem für dich ist, frage ich gern jemand anderen. Was meinst du? Tut mir leid, Eddie, ich kann das nicht. Leo war im Knast wie ein Vater zu mir. Ja, ich verstehe. Dann musst du wohl auf Vito verzichten, Henry. Hol dir Hilfe, wenn du willst, aber es darf auf keinen Fall auch nur der kleinste Verdacht auf uns fallen. Leo wohnt in Highbrook. Keine Sorge, wird heute noch erledigt. Okay, dann mach dich auf die Socken. Bis später, Eddie. Gut, dass du den hergebracht hast. Selbst wenn das vermasselt wird, keiner uns verdächtigen. Ich glaub nicht, dass Henry es vermasselt. Umso besser. Tja, Vito, sonst hab ich heute nichts für dich, aber komm morgen wieder, okay? Ja, bis dann, Eddie. Bis dann. Ach, scheiße. Immer wieder gern, Mr. Scaletta. Dankeschön. Nicht Leo, ey. Boah, ich hab schon wertvolle Zeit verloren. Gib Gas, Junge. Wir müssen Leo helfen. Er darf nicht sterben. Fährst auch, wie du willst, oder? Misker. Ach, ist eine Frau, war ja klar. Also zumindest ein Spielverdiener. Da ist er sehr bescheiden. In Wirklichkeit, ja, da war auch nicht anders. Ich hab mir jetzt wieder Feinde gemacht. Ich mach mir nur Feinde. Dankeschön. Was für langsamer. Ich hab keine Zeit. Dumme Pute. Mann, O-Meter, ey. Es ist aufregend. Die Hälfte der Zeit ist schon um. Scheiße. Komm, wir müssen Gas geben, Vito. Ah, da ist es aber schon. Jetzt seh ich schon auf der Karte markiert. Komm, schnell. Och, geh doch weg, du dumme Pute. Mann. Mann. Lio, Lio, bist du da? Lio. Wie zur Hölle kommst du hier rein? Hau ab und ich schieße dir ein zweites Wochen nach. Lio, Lio, lass das. Ich bin's, Vito. Vito? Verdammt, was machst du hier? Du hättest vorher anrufen sollen. Lio, wir haben keine Zeit. Sie wollen nicht aus dem Weg räumen. Du musst weg hier. Was? Komm auf, Vito. Hier kriege ich kalte Füße. Willst du was trinken? Ob ich einen Drink will? Sag mal, hast du sie noch alle? Okay, was ist los? Hör zu, Falcone will dich ausknipsen. Die Jungs sind gleich hier, du musst abhauen. Was? Warum denn das? Falcone hat gehört, dass Vinci gegen ihn vorgehen will, weil Clementi gelogen und behauptet hat, er sei im Drogengeschäft. Gelogen? Vito, Carlo Falcone ist im Drogengeschäft. Jeder weiß das. Clementi wollte da unbedingt mitmischen, darum hat Falcone ihn beseitigt. Jetzt will er uns auch loswerden, bevor wir was gegen ihn unternehmen. Woher weißt du das? Ich hab meine Quellen. Wieso bist du nochmal hergekommen? Wieso? Sag mal, wirst du jetzt senil? Sie wollen dich loswerden! Gott, hör auf zu quatschen, zieh dich an und lass uns abhauen! Wieso schalten wir nicht einfach die Killer aus, die Carlo mir schickt? Wir sind doch im Vorteil. Sie denken, wir sind ahnungslos. Das ist unmöglich. Ich kenn den Typen, ich hab ihm den Job verschafft. Was? Du heuerst einen Freund dafür an? Nein, nicht direkt. Ich hab keine Zeit, es dir zu erklären. Er wird gleich hier sein. Gut, warte hier. Ich zieh mich an. Verdammt, so spät, sie sind da. Oh scheiße, Henry darf mich hier nicht sehen. Wir müssen uns verstecken, schnell! Okay, komm. Nicht schlagen. Hey, wir könnten uns unter Bett verstecken. Bist du irre? Rito! Verdammt, was machst du hier? Okay, ganz ruhig, Henry. Nimm die Hände runter und schick die Jungs weg. Ich erklär dir alles. Jungs, ihr wartet draußen. Wenn ich in ein paar Minuten nicht rauskomme, schaut mal nach. Scheiße. Hinsetzen. Was läuft hier, verdammt? Hör zu, Henry. Leo ist ein Freund von mir, okay? Er hat mir im Gefängnis praktisch das Leben gerettet. Ohne ihn wäre ich nicht in der Familie. Ich wusste nicht, dass Eddie ihn loswerden will. Ich musste ihn warnen. Das musst du verstehen. Ja, aber du musst verstehen, dass ich mir keine Fehler leisten kann. Wenn ich Leo laufen lasse, denkt Falcone, ich hab ihn absichtlich beschissen und leg... Und Henry, ich bin dein Freund. Ich würde dasselbe für dich tun. Das hat nichts mit Freundschaft zu tun, Vito. Hier geht's ums Geschäft. Und wenn ich versage, bin ich fällig. Ich kann ihn nicht gehen lassen. Ich hab einen Job angenommen und muss ihn zu Ende bringen. Wenn du nicht zusehen willst, kannst du gehen. Keiner erfährt, dass du hier warst. Also keine Sorge. Hör zu. Leo hat mir erzählt, dass das alles nur wegen Falcons Drogengeschäften passiert. Er verstößt gegen die Regeln und will alle Mitwisser beseitigen. Na und? Die einzigen Menschen, die diese Regeln nicht brechen, sind Frank Vinci und Leo. Und die haben mich nicht auf ihrer Lohnliste. Vito, vielen Dank für alles. Aber geh jetzt besser. Ich hatte ein langes, gutes Leben. Riskiere nicht Kopf und Kragen, nur um meinem alten Mann noch ein paar Jährchen zu verschaffen. Nein, Leo. Es muss einen Ausweg geben. Vito, geh. Sorry, Vito. Keiner erfährt, dass du hier warst. Pass auf, dass du nicht gesehen wirst. Pass auf, dass du hier warst. Du schuldest mir einen Gefallen, Kumpel. Was? Na, Kleiner? Leo, willst du ein Drink? Was ist passiert? Dein Freund und ich haben uns geeinigt. Ich werde abtauchen. Mich hält nichts mehr in dieser Stadt, seit meine Frau gestorben ist. Ich wollte mich ohnehin in der wärmeren Gegend niederlassen. Tja, hauen wir ab. Bevor dein Freund es sich noch anders überlegt. Okay. Es gibt auf jeden Fall einen Weg, wo man mit sich abseilt. Scheiße, den Weg hätte ich gerne gemacht. Kann ich den noch machen? Nein. Leider nicht. Aber egal. Wir schaffen ihn. So, da, so, dem ist dann. So, willst du mich jetzt zum Bauernhof bringen? Diese Stadt war immer gut zu mir, aber was heißt es Abschied nehmen? Willst du etwa im Schlafanzug los? Worauf du entlassen kannst. Ich bin lieber lebendig im Pijama als tot im Smoking. Wirst du Frank erzählen, was passiert ist? Aber natürlich, keine Sorge. Ich werde deinen Namen nicht erwähnen. Du hast schon genug Sorgen. Danke, Leo. Die ganze Sache ist urplötzlich kompliziert geworden. Verstehst du? Natürlich, Victor. Was hast du erwartet? Du fährst den Eid, ziehst deinen schicken Anzug an und dann ist alles eine große Party? Carlo war schon immer im Fall Logan nach Hurensohn. Sogar für jemanden aus der Branche. Ich habe Frank schon vor Jahren vor ihm gewarnt. Was machst du jetzt? Ich verschwinde und lasse den Dingen hier in Lauf. Ich nehme den ersten Zug nach Last Heaven. Ich rufe ein paar Leute an und kläre meine Angelegenheiten. Dann fahre ich zum Flughafen und fliege irgendwo hin, wo es warm ist. Morgen um diese Zeit liege ich irgendwo am Strand und trinke einen von diesen Fruchtdrinks mit einem Schärmchen drin. Eins ist klar, wenn Carlo mich totsehen will, dann sollte ich nicht hierbleiben. Als wäre eine Einbahnstraße ins Leichenschauhaus. Ist das nicht übertrieben? Nein, ich wollte mich sowieso zur Ruhe setzen. In meinem Alter bis da scheinen all diese Auseinandersetzungen irgendwann sinnlos. Frank wird sich nie ändern. Er ist ein Streithammel. Heutzutage hört er nur noch auf die jungen Hitzköpfe, weil sie ihm sagen, was er hören will. Wenn er hinter Carlo her ist, kann er das auch ohne mich. Es tut mir leid, dass ich dich in diesen Schlamassel mit hineingezogen habe. Okay, hier ist es. Danke für alles, Vito. Versprich mir einfach, dass du nie wieder etwas so Dummes machst wie heute. Deinen Hals zu riskieren, nur damit ein alter Mann noch ein paar Jahre mehr hat. Versprochen, das nächste Mal sehe ich zu, wie sie dich abknallen. Hab noch ein schönes Leben, alter Mann. Da gehe ich nach Hause. Armer Henry, ey. Der muss das jetzt erklären. Fahrerflucht, Verfolgung aufgenommen. Roger. Jetzt ob die eine Chance haben. Ach ja, ich hätte es gerne so erledigt, dass ich eine Errungenschaft kriege, aber ich habe es selber nicht mehr gefunden. Ich habe lange nicht mehr in das Spiel gespielt, deswegen wusste ich nicht mehr, wo der Raum genau war. Auf jeden Fall würde man sich mit einem Schlafseil, ja, mit einem Seil aus Bett lagen, würde man sich, oder hätten die beiden sich abgeseilt und dann hätte es gepasst. Ähm, danke.